Pausenstand 0-3. Seit Wochen fordern Fans und Medien seinen Kopf. Ab sofort gilt auch für den letztjährigen Meistertrainer, siegen oder fliegen. Es bleiben ihm noch genau 15 Minuten, seine Spieler zu packen. Doch die Frage bleibt, erreicht er sie noch? Hat Giovanni Grillo, der gnadenlose Kommunikator, ein Rezept, um da rauszukommen? Und wenn ja, welches? Mario! Gino! Was ist gelose? Hey! Pensavo di avere... Mamma mia! Ich habe gedacht, ich habe grosse Fische angekauft! Sie! Aber Sie! Auf dem Platz! Hey! Wie fische tutte? Keine Luft! Hey! Sie! Musen machen Kommunikazione! Sie musen machen das neue Uwe! Oggi, Comunikazione, ische Tutti, ische Leben, ische Power, ische Potenza! Com la Potenza di un Toro! Sie! Ich sage immer, was nutze die dicke Oberschenkeli, wenn nicht den Kopf einhalten, wenn oben nichts, unten auch nichts. Sie müssen jetzt gewinnen. Sie müssen ganz alleine gewinnen. Sie müssen mir und dem Präsidenten zeigen, was sie in die Nase haben. Ich habe genug, immer Sünde für diese Katastrophe. Sie müssen die Kommunikation jetzt auf den Platz. Ich will keine totes Fisch auf den Platz. Ich mag es denken. Hey, die, die. Spektakulär gescheitert. Das war's. Was ist das Rezept, das es nicht so weit kommt? Nächste Woche geht es um den Kopf von François Charmant, dem feinsinnigen Monsieur unter den Trainern. Hat er das Geheimrezept? Was ist das Rezept? Was ist das Rezept? Ja.